Und dann noch ein Seil. Feuerlöscher und Seil. Hm. Das ist mysteriös. Wo, ach hier, da ist das Seil. Und wo ist der Feuerlöscher? Wir brauchen nur noch einen Feuerlöscher, dann haben wir alles zusammen. Wo ist der Feuerlöscher? Wo ist der Feuerlöscher? Wo ist der Feuerlöscher? Ich suche einen Feuerlöscher. Haben Sie einen Feuerlöscher gesehen? Ich sehe keinen. Ich muss jetzt mal so das Bild abgehen. Hm. Ach da. Okay. Der war gut getarnt. Aber richtig gut. So, jetzt haben wir einen Ventilgriff gekriegt. Das ist ein Schalter. Ja, nehmt doch nach unten. Hau rin. Man gönnt sich sonst nichts. So, was haben wir hier? Hallo. Eine rostige Eisenstange. Ja. Das ist der Eingang zum Büro des Scheros dieses Ortes. Du wirst ja vor allem dieses Ding aufkriegen. Nein. Komm. Ist wurscht. Wir gehen jetzt mal vorne wieder hin. Vielleicht können wir da noch was machen. Neun. Also. Neun. Aber wir haben ja kein Geld. Also, wer weiß, ob das Telefon jetzt überhaupt funktioniert. Mein Telefongespräch kam nicht an, aber ich habe eine Münze gefunden. Cool. Cool. Gut, dann können wir wahrscheinlich jetzt erstmal hier am Automaten das Dings hier machen. Hebe den Teddybären auf. Oh. Okay. Oh, der Teddybär. Ich habe ein Teddybär gewonnen. Ich bin hier heim. Saftladen hier. Glaub ich spinne. Kann ich das nicht machen hier. So, dann werden wir erstmal hier zum Flur zurückgehen. Und erstmal die Puppe zugedingsen. Also nähen und so. Was war das? Eine Bürste. Und ein Tegernief. Äh, negativ. Eins von zwölf. Yo. Natürlich. Oh, wir müssen hier vorne nochmal hin. Okay. Oh. Handy gefunden. Es klingelt, ich würde das angehen. Vielleicht ist wichtig. Hallo? Ich benötige Hilfe. Du wirst mir Hilfe brauchen, als du dir deinen kühnsten Träumen vorstellen kannst, Palmer. Wer ist das? Palmer? Ist das mein Nachname? Hör zu. Ich bin in Hilllock und finde keinen Weg hinaus. Bleib wo du bist. Ich komme vorbei, um mein Geld zu holen. Okay. Ich verstehe das nicht. Denk dich aber daran, abzuhauen. Hörst du mich? Du wirst es sonst bereuen. Abhorn? Hallo? Hey! Hallo! Sprich mit dir! Und da ist der Akku leer. Das ist natürlich scheiße. Könnte jetzt ein bisschen problematisch werden, wenn wir jetzt auch noch verfolgt werden, ne? So. Oh Gott. Leute, wir machen das so. Ich lese jetzt immer nur den letzten Teil. Weil ansonsten müsste ich jetzt hier den gesamten Bereich von hier vorne, also von hier, oder von hier, keine Ahnung, bis hier hinten durchlesen. Ne, das ist mir ein bisschen zu viel. So. Scheinbar schulde ich jemandem noch Geld. Und da kommt er, um es einzutreiben. Ich hatte gehofft, jemanden zu erreichen, der mich hier abholt. Zumindest weiß ich jetzt meinen Nachnamen. Pormer. Menschen erschrecken mich weniger als zum Mies. Und ich denke, ich komme mit dem Typen eher klar als mit einem Unzoten. Tja. So. Und nu? So, das gehen wir erstmal hier. Okay. So, was haben wir denn alles? Ein Ventilgriff, Bürste, Film negativ. Handy. So, warte mal. Bürste hier. Können wir das Ding erstmal nehmen? Ja, super. Und das zweite negativ. Cool, wir brauchen nur noch zehn. Das ist ja schnell erledigt. Verdammt. Oh man, wir haben ja aber noch einiges zu tun. Das könnte noch ein bisschen schwierig werden. So, wir gehen jetzt hier vorne erstmal wieder hin. So, da sind wir lang gegangen. Jetzt gehen wir erstmal hier. Hallo? So. Danke. Genau da wollte ich nämlich hin. So, hier können wir erstmal wieder ein Foto machen. Ich frage jetzt nur, wo ich das machen soll. Oh, ich dachte jetzt eigentlich auf dem X, aber wohl doch nicht. So, da haben wir den nächsten. So, aber irgendwo fehlt ja hier noch der zweite. Den müssen wir auch noch finden. Vielleicht aber sonst können wir das Spiel nicht beenden. Oh, wir haben ein Kreuz gefunden. Oh Gott. Ja, der Gott ist auch dabei. Ich weiß. Was ist das denn? Bok, bok, bok. Sollte ich diesen Gegenstand nicht benutzen? Ja, mir ist auch egal. Silberkreuz, Handy und Ventilgriff. Okay, gehen wir erstmal weiter. So, da haben wir auf jeden Fall ein neues Wimmelbild. Ah, hier, guck mal, da kann ich den Ventilgriff einsetzen. Ich brauche ein Kreuz, um Walwasser herzustellen. Dann brauche ich ein Glas, um es zu transportieren. Gut, das Kreuz haben wir schon mal. Ja, das Vogelbad funktioniert. Ja, jetzt haben wir nur kein Glas. Aber könnte sein, dass wir das im Wimmelbild bekommen. Dann wollen wir mal gucken. So, was brauchen wir alles? Der Buchstabe M, den habe ich schon mal am Anfang gefunden. Genau, hier, Glas müssen wir auch finden. Okay. So, Zange, Spielkarten. Da ist der Spachtel. Dann eine Fledermaus. Dann ist, glaube ich, alles aus. Schlüssel, Spitzhacke und ein Tierschädel. Das ist die Schaufel. Hm. Düp, 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 düp. Hier, einen Knochen brauchen wir auch noch. Hätte man ja ein Zitleid mit dem Tierschädel verbinden können. Aber nö. Da haben wir den Stern. Aber wo soll das Glas sein? Ich glaube, das könnte der Knochen sein. Danke. So, komm, einen Schlüssel finde ich doch eigentlich immer in solchen Wimmelbildern. Da ist er doch. So, da ist das Glas. Da ist der Tierschädel. So, komm, jetzt nur noch die Spitzhacke. Dann haben wir das auch schon mal weg. Wo könnte denn hier eine Spitzhacke versteckt sein? Da ist er! So, genau. Her mit dem Glas. Und wir nehmen Weihwasser mit. So, aber da mich jetzt das hier mit diesem einen roten Stein so ein bisschen stört, Bevor wir jetzt weitermachen. Ich gehe noch mal ganz kurz die ganzen Bilder durch. Und gucke mal, wo ich die Kamera noch benutzen kann. Weil das interessiert mich doch. So, gut. Also hier können wir doch nichts mehr fotografieren. Aber irgendwo muss es ja noch eine Möglichkeit geben, dass wir noch was... Ja! Ich habe es doch geahnt. Ich wusste doch, dieser Ort, der musste ja irgendwas noch bekannt geben. Ja, hier, da haben wir den zweiten Stein. Super! Huch! Ne, da wollte ich nicht hin. So, wir... Nein, das war ein bisschen zu weit. Wir müssen erstmal zur Gasse. So, wahrscheinlich müssen wir das Weihwasser jetzt erstmal über den Spasti hier kippen. Ja, okay. So, den Schlüssel für das Sheriff-Büro haben wir zwar jetzt. Oder können wir den hier vorne auch einsetzen? Es ist nichts passiert. Das habe ich mir ja fast schon gedacht. So, gut. Hier vorne gibt es erstmal nichts. Okay, wir müssen... Wieso müssen wir jetzt zum Friedhof hin? Warum? Ach, schon wieder ein... Buh! Okay. Das hatten wir doch aber gerade erst. Okay, ich lasse mich gerne überreden. Habe ich kein Problem mit. Das ist ja gar nicht so schlimm. Achso, ich dachte, das wäre eine Kiste. Na ja, gut. So. Gut, ich dachte jetzt, das wäre die Schere hier vorne. Aber dann wird das die sein. So, da ist noch eine Kiste. Und da ist die letzte Kiste. Jetzt benötigen wir noch eine Säge, Lupe und Stern. Der Stern aber hier oben. Die Lupe ist da. Und wo ist die Säge? Wo ist die Säge? Hallo? Säge, ich suche dich. Der Schlüssel war... Gut, ähm... Hier steht jetzt drin, ein Schlüssel wird gesucht. Ich habe den gerade angeklickt. Es funktioniert nicht. Heißt es also, dass es mehrere... Ja. Gut. Ich sage nichts mehr. Einen Bilderlammen. Kennt ihr einen Bilderlammen? Ich nicht. So. Na gut, da ist die Säge. Jetzt haben wir noch die Fledermaus. Die war doch irgendwo hier... War ich nicht hier irgendwo. Da. Boah, ganz an. Die hat sich doch schon irgendwo gesehen. Nur ich glaube, den Bilderrahmen... Den... Hatte ich noch... Ach da. So. Jetzt haben wir eine Säge bekommen. Eine Säge, Säge, Säge. Ah, genau. Da können wir jetzt hier vorne das Tor aufsägen. Und dann kommen wir so zum Büro des Sheriffs hin. So. Und da kriegen wir jetzt gleich den nächsten Stein. Yeah. So, da haben wir jetzt schon den fünften... Guck mal, ich zähle jetzt mal ganz kurz nach, wie viel wir überhaupt brauchen. Äh, das waren jetzt fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn... Wo, die ersten fünf haben jetzt schon? Super. Was ist das? Ein Foto von mir auf einem Steckbrief? Hier überrascht mich wirklich nichts mehr. Du bist famous. Du bist, äh, ne? Irgendwann hat die Schlüssel im Schlüssel noch erhaben geborgen. Ich muss es erinnern, wenn ich den Hörthorfen bin. Boah, ne Bombe und Yacht ist alles hier in der Luft. Dann sieht doch alles gut aus. So. Rann in die Butze! Moin! So, ich hab für die Registrierkasse müssen wir auch noch die, äh...